In meiner Ressortzuständigkeit für die Jugend, für die Familien und für die Seniorinnen und Senioren hat Kultur natürlich eine ganz große Bedeutung, weil hier die Kulturangebote nachgefragt werden. Egal ob Landesteater, egal ob freie Szene, egal ob kleine Vereine, große Festivals, hier sind die Menschen beheimatet, die die Kultur in dieser Stadt auf der einen Seite beleben, aber auf der anderen Seite gerade auch mit Veranstaltungen etwas Wichtiges dazu beitragen. Im Bereich Wirtschaft gibt es zur Kultur natürlich eine ganz enge Verbindung, wenn allein zum Beispiel im Tiroler Landesteater mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz wichtiger Wirtschaftsbetrieb auch in der Stadt seine Tätigkeit entfaltet, aber auch, dass viele Menschen in die Stadt hereinkommen, Kulturangebote annehmen und dadurch natürlich gerade auch etwas zum wirtschaftlichen Erfolg der Stadt Innsbruck beitragen. Kultur spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich besuche sehr gerne Kulturveranstaltungen aller Art. Man bekommt einen Einblick, was sich in dieser Stadt auch tut und vor allem ist Kultur, wie ich immer gesagt habe, der Kitt der Gesellschaft. Das heißt, Kultur verbindet auch über Sprachen hinweg, über Nationalitäten hinweg, über soziale Unterschiede hinweg, über Gesellschaftsbereiche hinweg und ist eigentlich eine Ausdrucksform, in der man an der Gesellschaft wirklich gut teilhaben kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.